Chimmyou meine Freunde, willkommen zurück bei... Jetzt habe ich gerade sein Komen Ohr ab, aber die reden jetzt gerade nicht. Ja, im letzten Part haben wir diese Herren getroffen, haben sie jetzt durch den ersten Teil des Darkwoods begleitet, haben uns einem Betrüger-Spieler hier mal gerecht, der uns über den Tisch genommen gezogen hat. Und wir reisen jetzt weiter. Ach ja, wir haben natürlich auch noch neue Waffen gekauft. Platsch. Ich habe das Gefühl, dass alles gut ist. Ja, es wird alles gut, mein Freund. Es wird alles gut. Und ich sehe gerade, dass die Händler geheilt wurden. Das gefällt mir. Altes Kallestor. Da ist was. Ihr wartet hier. Warte. Du? Warte. So, darum kümmere ich mich. So, warte. So. Ah! Ich wollte schleichen. Nein! Gehe aus dem Modus. Was ist das? Ja, komm. Ich höre dich schon schreien, mein Freund. Ich höre dich schon schreien. Ich höre dich schon schreien. Ja, komm, sie. Zieht die Klingenblank. Hier zieht niemand die Klingenblank, außer ich selber hier. Oh. Ich höre dir an euch. Hilfe. Oh. Nur ich ziehe die Klingenblank. Kapiert. So, mal heilen. Das sieht ja toll aus hier. Das gefällt mir hier. Kann man anscheinend gerade nichts viel mitmachen. Gibt es hier eine Kiste? Gibt es hier eine Kiste? Nein, hier gibt es keine Kiste. Wenn wir den Auftrag beendet haben, werde ich erstmal zurück nach Bauostom gehen, um uns die Angel zu holen. Und dann werden wir natürlich in der Gilde uns versuchen, auch noch neue Crest zu besorgen. Aua! Na, Freunde? Wollen wir sehen, wer als besseres schießt hier? Nummer eins. Na, komm. Haha. Daneben. Daneben, daneben. Aha. Tja, keine Chance. So, jetzt noch die Herren hier. Und dann können wir unsere Händler... Hops. Ah, warum, Hops. Hops Nummer eins. Hops Nummer zwei. Oh. Zack. Und dass die überhaupt herangekommen sind. Boah. Na, komm. Ich wollte jetzt nicht da durchs Tor gehen und die hier stehen lassen. So, jetzt können wir unsere Freunde holen. Was haben wir hier drinnen? Wieder eine Wiederbelebungsfolie. Dann heile ich mich einmal, weil wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun. Da, 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 da. Die Musik ist schön, finde ich. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Die hat nicht diesen unbedingten Grusel- und Dunkel-Schall, weil wir hier am Friedhof sind. Es kann nicht mehr... Folge mir. Folge mir. Erst mal schön, muss der erst mal furzen. Da, 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 da. Los, bewegt euch, Händler. Ich dachte, ich kaufe mir vielleicht noch das Ohr ab, was das hier für ein Tor ist. Ja, so übel kann es ja nicht gewesen sein, wenn du da... Wenn du lebend da rausgekommen bist. Da, da, da. Dann gehen wir jetzt noch hier lang. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden oder irgendwen. Aua, Duckwood-Wer. Duckwood-Wer. Wer? So. Kommt hier irgendwas? Ja, das ist... Hol mich hier raus! Das ist ja auch ein Fluss, wo du gerade reingetreten bist, du Vogel. Was gebe ich jetzt dafür, in einer gemütlichen, sicheren Taverne zu sein? Was ist das da oben? Es kann nichts mehr weit sein! Ähm... Oh! Was? Ähm... Alter! Mist! 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 Lauf! wird nix wird nix wird nix wird nix auch mann wie hat er denn auch da seine anzeige jetzt lasst das doch mal hier ist damit auch zu uns weniger schaden als wenn wir immer schön die plauze rein böse böse was auch immer du bist hallo seine energie leisten sehr schön perfekt ich habe mich schon gefragt was ist denn das für eine rote wand da oh wir sind ganz nah in oakvale ganz nah zu hause ja ob ich mal nach oakvale gehe bevor wir wieder zurück nach bowstone gehen wäre interessant mal zu hause vorbeizuschauen fantastisch wir sind da ich wusste dass ihr es ja ach ist das nicht der typ der da seid ihr ja wir haben euch erwartet danke sehr schön händlerfeder maize wünscht euch wieder zu sprechen ihr findet ihn in der oakvale taverne es schien recht dringend zu sein okay ihr habt eine neue questkarte bekommen schön na gut dann lasse ich das jetzt erstmal hier so sein weil wenn maize uns erwartet dann nö wir gehen noch nicht nach oakvale wir wollen die story ja nicht noch nicht zu weit hier treiben so wie gesagt ich würde gerne erst mal nach bowstone gehen um uns die angel zu kaufen die ich vergessen habe damit wir diesen kram da angeln können das ist eine ganz schöne reise ne die erlangt wird im kreis der linken oberen bildschirme erinnern wird sein grün verallgemeiner verung könnte man nicht auch mal wieder abgeben abgeben meine ich ausgeben hi wir singen wo ist denn der was war los elvin ja woher weiß der das denn bitteschön das ist mein telefon was klingelt ich würde mir gerne wir brauchen mehr attraktivität mehr attraktivität meine freunde das ist ja derzeit der höchste attraktive ich würde mir erst mal so jetzt was suchen ja nee nein nassrasur handelsschneuze kommen wir nach nassrasur einmal das ist ja normaler der schnitt das ist die säge das ist der kochtopf und das ist die letzte gruselfaktor minus 100 der kochtopf der die säge ach du schande kannst du mir bitte was anderes drauf machen das sieht ja grausig aus hallo so ähm die säge nein glatt der alter meis dürfte in der terne in okwail sein Moment darf ich mal gucken wie sehen wir denn aus wir sind voll vermöbelt aus so hast du nichts zum kaufen hier zum verkaufen glaub nicht so dann gehen wir jetzt erstmal das glatzen Louis durch so bitte hier hier wie geschenke ich will keine geschenke je geben geh weg lass das hallo schluss wer ist dieser schwachkopf bitte verschwindet hier was wollt ihr denn schon wieder hier geh weg was ich was ist denn was zu wieso haben die denn herzen über dem kopf äh hallo hey süße hey süße wie geht's dir ich behalte ich behalte euch mal ich behalte euch mal oh die hände oh die hände darin hi jetzt haben wir ne glatzen jetzt haben wir ne glatzen jetzt stehen alle auf uns was das denn ha 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 Ich will keine Schwerter, ich will die Angel. Wo habe ich die Angel denn das letzte Mal gesehen? Wieso wissen alle hier über Mace Bescheid, dass ihr auf uns wartet? Ey, was sind denn da für Stalker? Voll die Stalker-Heinis hier, da. Du hast auch bestimmt Angel, du hast bestimmt die Angel. Rote Rose, oh. Komm, davon kaufen wir uns mal sieben. Nehmen wir einen Apfel, Apfelkuchen, Fisch, Schmüllöl, rotes Fleisch, Korn, Sack, Meersack, Mustkiste. Da ist sie. Haben wir. So. Die Mustkiste, die ist hier günstig zu... Weißt du was, wir kaufen mal alle davon. Mit Pfeil und Schwert werdet ihr nicht viele Fische fangen, aber wenn ihr eine Aunger-Rotur in dem Wasser haltet, erstickt ihr ruckzuck an Stuppen und Gräten. Wenn sich das Wasser kräuselt, wartet vielleicht mehr als nur ein Fisch unter der Obersauerfläche. Der alte May sucht nach euch. Oh, geht mal weg, ihr blöden Stalker hier, ey. Jeder weiß, dass Mace auf uns fahrt. Dreckige Stalker hier. Ah. Warum haben wir bei uns weniger Sekunden? Kann ich nicht mal mein Menü da links irgendwie verbessern? Beziehungsweise zusammenstellen? Warte mal. Karte, Tagebuch. Vielleicht bei Fertigkeiten? Ja, hier. Ähm. Nee. So. Was haben wir denn hier? Ausdrucksmittel. Ich möchte gerne... Ja, folgen ist ja okay. Kichern, rülpsen. Flirten. Zuordnen, bitte. Und zwar hier. So. Genau. Föhnen. Machen wir auch noch. Zuordnen. Machen wir hier. Und Bizeps. Bizeps. So. Unten. Sehr schön. Was ist das hier? Kosarentanz, Luftgitarre, Stepptanz. Lebegitarre finde ich genial. Okay. 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 Ich weiß nicht, was das soll, aber... Was ist denn das? Wieso kriege ich immer dieses komische... Zuordnen, zuordnen, zuordnen. Ja, ich habe oben doch schon zugeordnet. Ja. Wuuuuh. Sieh mal an der Zehe, alte Gildenmeister. Äh, Bekanntheit, flirten. Benutzen. Hey. Hey. Unheimlich. Ich habe alle Angst, weil wir hier mal durch... Durchmarodiert sind. Sagt, dass ihr Enkel vermisst wird. Können wir nicht. Warum nicht? Unsere Bekanntschaft. Und wieso... Alter, ist gut. Und wieso sagt ihr, dass wir hier dann nur Quest auf uns wartet? So. Dann wollen wir doch jetzt erstmal schauen hier. Ne, oder nehme ich lieber hier noch was Neues. Ach, ich weiß nicht. Also, Zauber haben wir 1500. So, machen wir erstmal die Stärke. Davon haben wir 7000. So, wie viel braucht denn das? 3000, 1900. Ja, hier. Wohem. So. Gesundheit ist immer gut. Und dann haben wir nochmal Körperbau. Wunderbar. So. Dann. Warte. So. Dann haben wir 2000 hier für Dings. Zielgenauigkeit. 400. Ach, das ist ja alles noch nett. Hier. List. Tempo. Und Zielgenauigkeit. Mussten wir uns mal ein bisschen was von Grün mit abnehmen. Das ist ja egal. So. Dann haben wir jetzt noch... Warte. So. Zauber. Haben wir 3500. Feierball. Mehrfachschlag. Blitz. Göttlicher Zorn. BAM. Hellige Wut. Genial. Wendehals. Dieser tückische Zauber verwirrt den Geist des Gegners. Solange der Zauber nah genug ist, macht das Ziel langsam zum nichtsahnenden Verbündeten. Ah. Nur böse können diesen Zauber. Langsamen Leben absaugen, herbeirufen. Okay. Körperlicher Schild. Wisst ihr, was ich jetzt erst mache? Ich mache jetzt hier mal den gewaltigen Rückstoß, den ich gerne haben. Und dann will ich den göttlichen Zorn haben. So. Und, ähm, ich würde auch noch mal das Schild gerne haben. Körperlicher Schild. So. Äh, ja. 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 Attentäter angegriffen. Leben heilen. Leben heilen macht schon immer noch Berserker. So. Körperlicher Schild noch. So, und das war's. Wart mal, ich hab nur eine Frage. Hey. Habt ihr keinen Respekt? Ihr solltet mehr... Ich könnte... Ich wollte auch nicht dich... Ich wollte... Ich wollte ihn auch nicht angreifen. Hahaha. Hihi. Ich wollte eigentlich Zauber zuordnen. Ich kann anscheinend wirklich nur so. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Alter. Hahaha. Voll das mega. Monster, ey. Gefällt mir. Aber der Schild bleibt in Schempe stehen. Das ist sehr schick. Mich nervt das grad... Kann man das nicht echt nicht wirklich besser zuordnen? Geht mir so ein bisschen... Nicht auf den Keks, muss ich nur sagen. Hier, ich würde mal gerne hier den göttlichen Zorn zuordnen. So. Hier ist schon alles zugeordnet. Ja, aber... Das macht ja wenig Sinn. Irgendwie... Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. So. Ich hab aber gesehen, dass ich überhaupt keine Questkarte übrig habe. Also... Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Passt auf. Das Schild, glaube ich, setzt ein bisschen. Ah, nee. Da. Boom. Hallo. Kann ich was für dich tun? Ich suche jemanden, der mich zur Obst... Ich zahle auch für eure Hilfe. Das ist die Abmachung. Ihr bekommt ein Viertel des Luft... Sagt einfach Bescheid. Okay, wir los. Ihr dreht mich zur Obst. Beginnt eure Reise mit dem Ausdrucksmittel folgend. Wenn wir eine neue Region erreichen, sage ich euch, ob wir... Wenn ich anhalten soll, benutzt und ich es vergesse. Hier, ein Vorschuss auf euer... Geht lieber nicht... Ah. Folge mir. Geht voran, oh Held. Er hat uns nochmal gerade erklärt, wie wir denn dieses Folgende... Ist zwar ein bisschen spät, aber... Oh Gott, das geht mir auf den Keks. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Guck mal, ich nehme mal lieber den Rückstoß erstmal. Ihr seid zu stü... 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 Was sind wir? Stü... Ich kenne diesen Ort. Ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. So... Pim! Alter, ist das hier voller... So... Bim! Ist er bedommen? Was soll denn das hier? Was soll denn dieses aggressive Verhalten? Ich kapiere es nicht. Wisst ihr, ich habe eine Lieferung für Bauer Isaiah. Wir müssen pünktlich sein. Ja, ja. Tja, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, die Belohnung zu verdienen. Ähm. Kannst du mir sagen, was du da gerade machst? Oha. Oha. Alter. Hör auf damit. Schluss. Alter, das... Ich hörte, hier kann es gefährlich werden. Seid vorsichtig, oh Helm. Oh, guck mal, damit heilen wir ihn auch. Ah. Anhänger mit wenig Gesundheit. Aus... Erfolg erhalten. Schick. Hahaha. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, er haut ab, weil wir den Boss besiegt haben. Na, Freunde. Ich komme aus Feuer. Schon mal... Oha. Ach, der hat mich reingelegt. Du mieser Kleiner. Hallo. Ich werde euch die Gäste... Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Mensch, Mensch, Mensch. Leute, ihr seid viel zu aggressiv hier. Ähm. Biene! Oh. Ach, der Händler ist auch zu doof. Aua. Ja. Für den Händler konnte ich jetzt nichts. Er hat sich immer todesmutig vor die Wespe geworfen. Schluss hier jetzt. Mensch, Mensch, Mensch. Immer... So. Was? Was? Hier geht die Pust aus? Kollege, du bist tot, wenn das hier so weitergeht. War das rechts oder war das noch unten? Ne, das war nach unten, ne? Das war nach Süden. Mein Freund, wir müssen nach Süden, um dich zu abfahren zu bringen. So. Zack. Also der Bogen und das Messer haben sich auf jeden Fall schon mal bewährt. So, Obstfarm. Und da wären wir ja. So, Orchard. Endlich am Ziel. Ich bin froh, dass ich die Reise nicht allein machen musste. Dann siehst du mal. Hier ist der Rest eurer Belohnung. Ich habe nur ein paar Kratzer. Bitte? Abzug? Abzug? Ich glaube, ich stehe im Wald. Abzug. Sei froh, dass du überhaupt da... Zwischenge... Komm, das ist bei Pia. Du mieser Kleiner. Wo bist du? Wo ist er? Abzug. Feigling. Ah, dann schlafen wir mal eine Runde hier. War zwar nicht unser Bett, aber anscheinend stört das hier keinen. So, hier haben wir nichts. Abzug. So, was haben wir hier? Freundschaften schließen. Schön. Ein verbacktes Fass. Cool. Verbackte Fässer. Der verfaulte Abpfiff. Mir gefällt die Bude hier nicht. Ich bin wütend. Ich bin selber. Abzug. dieser miese, fiese, Piese. Naja. Dann gehen wir mal. Da, da, da. Geldwurteingang. Was machen wir denn jetzt? Pamm. Alter. Alter. Na, hat's euch gefallen? Ha. So, Leute. Mit dem Erfolg. Im Kampf verfolgt. Endlich die Folge auch mal heute. Wenn's euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt. Fable Anniversary. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.